ja und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play minecraft feed the beast infinity wir haben jetzt mal da gestehen blieben dass wir das 64k storage für dich bauen wollten und das wollte ich dann diese folge mal beenden so dass wir dann hiermit fertig sind allerdings ist mir aufgefallen dass wir keine pure sattos gedöns quads pimmel mehr haben von daher kann ich nicht versprechen dass es jetzt was wir hat dass wir es schaffen pulveritzer von daher kann ich es nicht versprechen na ist die query zu ende gelaufen hat einfach keinen bock mehr nein die ist definitiv fertig gelaufen das brauchbares in der wand ne zumindest jetzt gerade ist man nicht dann würde ich sagen bauen wir die query jetzt gleich wieder ab hier und versetzen wir weiter nach hinten das mache ich aber gleich erst das brauchen wir einen moment gerade gucken wo hier die kabel sind moment brauchen wir die für und die und vor allem brauchen wir auch landmarks für da jetzt muss ich ganz gerne gerade noch warten bis es hier fertig ist bist du sofort ja sehr schön wie war das das und das ne zusammen jo jetzt brauche ich noch mal sand sand ist hier noch sand drin 23 naja besser als gar nix so 23 darin den rest schmeißen wir wieder hier rein auch das mit der mit dem ding mache ich gleich fertig aber erstmal würde ich jetzt ganz gerne die query umsetzen ouch so zack noch wieder auf dieser höhe das ist 79 ok moment kotzt mich jetzt schon an dass sowas runter läuft nee jetzt muss ich ja ich bin blöd ich bin ein dumm kopf ja so dann hier hinten hin platzieren die landmarks als erstes da eine dann hier dann weiterlaufen weiterlaufen machen wir bis hier und dann wieder auf höhe 79 hoch so das reicht schon wie groß ist das ist das größer als das alte ja erscheint so das scheint größer als die alte markierung zu sein von daher flong bap 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 baps ach ja welch eine friedliche musik ja doch ertönt kacke ich brauche mehr cobblestone pipes Sekunde 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 ah ok ich wollte grad sagen ey das passt jetzt nicht dann lauf ich hier aber amok so das war echt bescheiden blöd um nicht grad zu sagen scheiße aber hey immer optimistisch das war richtig geil ich sagte gerade immer optimistisch bleiben ja und es pisst hier wieder rein wie so ne scheiße was ist bloß aus dem guten alten Wetter geworden so so und die müsste jetzt anfangen die query tut sie ja tut sie sogar schön muss gar nicht so viel abbauen nicht so wie hier ja gut lassen wir die query jetzt mal arbeiten die steine müssen auch alles hier hinten ähm platziert werden transportiert mensch nicht platziert transportiert so wir öffnen das hier wieder rein pfff hier wird ja ganz schön viel depleted shit aber dafür möchte ich jetzt wieder 300 Jelurium bauen geil hier noch was drin verröses Herz kann man ja sagen warum ich jetzt nochmal Gold drin habe wahrscheinlich nicht hier läuft das jetzt gerade wieder aus und jetzt darf ich jetzt wieder halbe durch die Ewigkeit warten bis es hier fertig ist hmm der Pulver also macht nix ok wie weit sieht die hier aus noch nicht besonders weit was brauchte ich jetzt noch ich brauchte die ganzen Pressen noch wo ist denn da da die die und die so ich brauche auch wieder Silizium wo ist es da hier wird mein letztes Mal gebraucht zwölf ne ok das ist Logik wir brauchen zwölf Stück insgesamt jetzt haben wir fünf davon sechs davon und drei davon zack jetzt haben wir hier vier fünf sechs so gleich noch einen dann haben wir es geschafft von den Silikondingern ne nicht Silikon Silizium ich sag mal Silikon aber ist es falsch es ist nicht Silikon das ist Silizium mit einer der Hauptbestandteile sämtlicher Computer Bauteile Logic Calculator Logic so Mann nerv nicht gib 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 wir haben schon genug jetzt haben wir 14 davon gemacht ist auch egal prügeln wir lieber den Radern drei Automaten durch und zum Ende der Folge dürften wir auch die äh äh die anderen Pressen da die die Dinger hinter uns fertig haben diese kleinen Kackteile da in der Erde die kleinen Kackteile da in der Erde so das macht zwölf haben wir zwölf davon dann müssen wir noch nein das ist glaube ich Calculation ne ne Engineering Engineering brauchen wir wie brauchen wir davon äh brauchen wir hierfür ne da brauchen wir Calculation für brauchen wir die hierfür Engineering ähm ein zwei brauchen wir davon wenn wir mehr machen ist auch nicht schlimm das ist ja Zelda im Hintergrund fällt mir gerade auf Moment wir brauchen nur zwei äh so und so so da haben wir jetzt zwei davon und jetzt müssen wir nur noch die Dinger hier ach die sind schon fertig cool 23 hab ich nicht ich hab 23 reingeb... hoffentlich wachsen die jetzt noch ok ähm ja bis zur nächsten Folge sehen wir uns dann wieder weil die Folge ist jetzt nicht zu Ende und ja dann würde ich sagen tschüss bis zur nächsten Folge ich guck jetzt noch ob die noch wachsen oder nicht Moment das können wir ja gerade nachgucken 69 die wachsen noch ok ähm ja bis zur nächsten Folge Leute ciao Bis zum nächsten Mal.